Oh, ihr seid hier immer noch da. Danke, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Wir hoffen, dass ihr mindestens genauso viel Spaß hattet wie wir. Die heutige Aufgabe ist es, eure Eltern zu machen. Denkt daran, für die Gewinnverlosung die Laufkarten bis Ende des Jahres an die HNT zu schicken oder sie bei einem Spaziergang auch persönlich vorbeizubringen. Das war unser ANT Adventskalender 2020. Frohe Weihnachten!